Die Umhängetasche mit dem großen Überschlag ist die hilfreiche Begleiterin zur Uni, ins Büro oder einfach in der Freizeit. A4-Unterlagen passen genauso gut hinein wie ein Tablet. Verschiedene, auch gepolsterte Fächer sorgen für die nötige Übersicht. Der Überschlag ist per Druckknopf geschlossen. Er lässt sich auch lässig mit einer Hand öffnen und gibt das Reißverschlusshauptfach und ein Einsteckfach frei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017